Der heutige Abend ist ganz der Verleihung der Schweizer Theaterpreise, die seit letztem Jahr durch das Bundesamt für Kultur vergeben werden, gewidmet. Mir geht es gut, mir geht es gut, uns geht es gut. Siamo qui per celebrare la scena teatrale svizzera. Très heureuse et très malade. Très heureuse. Der heutige Preisträger des Grand Prix Theater ans Reinhardt-Ring ist ein Virtuose, wenn es darum geht, die Trennung zwischen Bühne und Zuschauer aufzuheben. Oder authentische Veranstaltungen kurzerhand zu Theaterstücken zu erklären. Und diese damit als Inszenierungen des Authentischen zu entlaufen. Comme les Specialistes l'auront déjà deviné, cette année, le Grand Prix Suisse de Théâtre, l'anno Hans Reinhardt-2015, va a Stefan Kegi du Protokoll Rimini von Rimini-Protokoll. Gratulation. Man muss eben wissen, dass es immer gefährlich werden kann. Genève, ils m'ont ramené aux frontières de Rwanda pour me former être soldat. Früher habe ich Waschmaschinenteile gemacht. Heute machen wir Hightech-Waffenteile. Grand Prix, das klingt gross nach Grand Casino, Grand Théâtre. Und das ist irgendwie lustig, weil Ich glaube, Nachwuchsfestivals sind wichtiger als große Preise. Ich glaube, dass die ganzen, auch vielen freien Theater, das wichtige Sediment sind sozusagen, aus dem unsere Arbeit gekommen ist, die eben interaktivere, partizipativere Formate geschaffen hat. In alle diese Richtungen will ich sagen, sozusagen, danke und ja, überhaupt danke. Schluss. Schluss.